1897 wollte die achtjährige Virginia O'Hanlon aus New York ganz genau wissen. Gibt es wirklich einen Weihnachtsmann? Darum schrieb sie an die New Yorker Tageszeitung Sun. Ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann? Dem Chefredakteur Francis P. Church ging dieser Brief so zu Herzen, dass er ihr auf der Titelseite ganz persönlich antwortete. Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie sind angekränkelt vom Skeptizismus eines skeptischen Zeitalters. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschen Geistes klein, Virginia. Ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört. Im Weltall verliert es sich wie ein winziges Insekt. Solcher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu erfassen und zu begreifen. Ja, Virginia, es gibt den Weihnachtsmann. Es gibt ihn, so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es all das gibt und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so dunkel, als gäbe es keine Virginia. Es gäbe keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig, aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, müsste verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Du könntest deinem Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen würde den Weihnachtsmann zu Gesicht bekommen. Aber was würde das schon beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige denn zu sehen, das vermag nicht der klügste auf der Welt. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst dein Kaladiskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst bunte Scherben finden. Nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Einen Schleier, den nicht einmal die größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das denn auch wahr? Magst du fragen? Virginia. Nichts auf der ganzen Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt. Und er wird ewig leben. Sogar in 10 mal 10.000 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnachten, Virginia. Dein Francis P. Church